Dies ist das dritte Video zu meinen Hinweisen zu wissenschaftlichem Arbeiten für Seminare, ProSeminare und Abschlussarbeiten. Und in diesem geht es jetzt um die Ausarbeitung. In meinen Seminaren und ProSeminaren kommt die Ausarbeitung nach der Abschlusspräsentation. Das ist sonst eigentlich nicht üblich. Also wenn man eine wissenschaftliche Arbeit einreicht, ein Paper irgendwo einreicht, dann reicht man natürlich erst das Paper ein. Und dann wird ja erst entschieden, ob man angenommen wird. Und dann hält man eine Präsentation im Zweifelsfall auf der Tagung. Und bei Bachelor- und Masterarbeiten ist das auch nicht der Fall. Wir machen das hier, einfach um einen weiteren Rückmeldeschritt zu haben. Und die Ausarbeitung ist dann in meinem Fall das, was am meisten belegt, dass man so wissenschaftlich arbeiten kann. Aber es geht eigentlich auch sowieso nicht in den Seminaren darum, dass man das belegt, sondern dass man das lernt. Also deswegen diese Reihenfolge der Ereignisse oder der Dokumente, wie man das immer nennen möchte. Auch hier wieder meine Einschränkung. Ich gebe hier wieder, was mein Stil ist und was ich so erwarte in Seminaren, ProSeminaren, Ausarbeitung, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten. Das können andere Leute anders sehen und im Zweifelsfalle fragt an einigen Stellen nach. Vor allen Dingen, wenn es um Zitierstile geht oder um Vorlagen geht, da sollte man auf jeden Fall nochmal nachfragen. Die große Frage, die immer aufkommt, ich soll einen großen Text schreiben, wo soll ich denn anfangen, wie soll ich denn das Ganze aufbauen? Ich weiß, dass das Anfangen mit einem Text häufig das Schwierigste ist. Und ein, ja, ich will das jetzt gar nicht sagen, ein Fehler, sondern ich sage das mal aus eigener Erfahrung. Etwas, was für mich nicht funktionieren würde, ist vorne anzufangen. Es gibt Leute, die können das. Es gibt Leute, die fangen quasi mit der Einleitung an und schreiben einen kompletten Text durch und der ist quasi wie gedruckt. Ich kann das nicht und ich habe in Diskussionen mit Studierenden häufig festgestellt, dass die das auch eher nicht können. Was ich dann immer rate ist, fang irgendwo an. Fang mit einem Teil an, bei dem du dich wohlfühlst, etwas zu schreiben. Und dann baut man das aus, baust du das aus zu der ganzen Arbeit hinterher. Was ich bei der Gelegenheit auch häufig empfehle, ist, versuche nicht gleich ausformulierte Texte zu schreiben, sondern schreibe die Arbeit zunächst einmal, oder Teile der Arbeit zumindest, zunächst einmal in Stichpunkten oder so Stichsätzen auf und versuche die dann auszuweiten zu der ganzen Arbeit. Das ist ein Ansatz, der mir gut liegt. Und ich glaube, auch anderen helfen könnte, denn wenn man versucht, vorne anzufangen und will es gleich perfekt aufschreiben, dann kann es schnell passieren, dass man den ersten Satz schreibt, nicht besonders gut, macht das wieder weg und dann kommt man über die ersten drei Sätze nicht hinaus. Wenn sowas passiert, ihr kommt an einer Stelle nicht weiter, schreibt es einfach irgendwie schmutzig hin und schreibt einfach weiter. Und hinterher, in einem Durchlauf, kriegt man das häufig viel, viel besser dann wieder glatt gebogen. Wie ist die Struktur, so eine typische Struktur? Da gibt es natürlich viele, sagen wir mal, gute Hilfen dazu, etablierte Abfolgen. Diese hier zum Beispiel ist von der Fachgruppe Bonn. Und das geben die an ihre Studierenden so heraus und bringen den Leuten bei, wie man wissenschaftlich arbeitet. Der Ablauf ist sehr solide, sehr solide für Leute, die ingenieurwissenschaftlich arbeiten. Also der Ablauf da drin, das sieht man, da steht sowas wie Implementation drin und sowas. Das ist also sehr ingenieurwissenschaftlich. Mein eigener Fachbereich ist manchmal ein bisschen anders und dann gibt es bei der Theorie auch noch andere Bereiche. Theoretische Arbeiten hätten wahrscheinlich auch keinen Bereich Implementation da drin, also wenn ich in der theoretischen Informatik bin. Ich habe das einfach mal dreisterweise etwas abgewandelt für meine Seminare oder unsere Seminare, also Seminare so im Umfeld. Also wie fangen wir an? Wir fangen an mit einer Einleitung und zur Einleitung erzähle ich gleich ganz viel. Einleitung ist nämlich ganz besonders wichtig, wird leider immer unterschätzt, ist aber mit einer der wichtigsten Teile dazu. Dann haben wir eine Problembeschreibung und in der Problembeschreibung, da erklären wir auch den Hintergrund der Arbeit drin, also in welchem Zusammenhang findet das eigentlich statt. Ich würde da drin auch Verwandte Arbeiten unterbringen. Wer oder was hat sich mit so einem ähnlichen Thema schon mal beschäftigt? Das kann man gut in so einem Problembeschreibungskapitel unterbringen. Ihr seht auf der linken Seite ist Related Work ganz spät. Das finde ich persönlich komisch. Also ich würde Related Work immer früher. Es ist oft so, dass man sagt, ich habe ein bestimmtes Thema und zu dem Thema haben schon Leute gearbeitet und deswegen gebe ich so ein Related Work an. Wenn wir hier Seminarthemen, vor allen Dingen Pro-Seminarthemen haben, dann ist es oft so, dass man so ein Related Work gar nicht so gut angeben kann, denn ein Thema ist relativ konkret vergeben und es soll dann, sagen wir mal, dieses Thema muss eingeführt werden. Es muss irgendwie klar werden, was ist das denn eigentlich? Das ersetzt dann so ein bisschen das Related Work. Spricht schon für das, was daneben steht, nämlich, dass das keine Überschriften sind. Also ihr braucht keine Überschriftverwandte Arbeiten und keine Überschrift Problembeschreibung, sondern ihr könnt konkretere Überschriften nehmen. Also statt Problembeschreibung könnte zum Beispiel euer Thema selbst die Überschrift sein oder wie auch immer. Also das ist etwas, wo man sich auch mal ein bisschen drüber unterhalten könnte, in so einem Betreuungsverhältnis, wie man das eigentlich nennt. Danach beschreibt man seinen eigenen Ansatz, was will man jetzt eigentlich tun. Das heißt, wir haben jetzt ein Thema eingeführt und sagen, das Thema ist interessant, jetzt wollen wir an diesem Thema einen bestimmten Aspekt wollen wir daran herausarbeiten. Diesen Aspekt herauszufinden ist oft sehr integraler Bestandteil der Themenfindung einer wissenschaftlichen Arbeit. Bei Bachelor-Master-Arbeiten habt ihr ja Themenfindung, da ist ja ein ganzer Monat für vorgesehen, dass ihr ein Exposé schreibt und euch in dieser Zeit mit eurem Betreuer in die Themenfindungsphase begebt. Und da ist es in der Regel so, dass da das Thema kleiner gemacht wird. Auch bei vielen Seminarthemen ist es so, dass es auch Aufgabe ist, das Thema erstmal kleiner zu machen. Bei anderen Seminaren ist es ein bisschen unterschiedlich. Kommt es manchmal so vor, dass euch, sagen wir mal, eine Herangehensweise der Ansatz schon vorgegeben wird. Dass ihr also sagt, ja, wir haben jetzt, das ist ja auch Inhalt eines Seminars, wenn ich sage, ein Seminar, da habe ich viele verschiedene Themen, da macht es ja Sinn, dass wir sagen, wir gucken uns alle so mal ein bisschen mit dem gleichen Ansatz an, damit wir überhaupt zu vergleichen kommen. Und deswegen kann es sein, dass der Ansatz euch stärker vorgegeben ist. Bei einer Bachelor-, bei einer Masterarbeit müsst ihr diesen Ansatz stark selbst herausarbeiten oder in dem Exposé-Prozess oder Proposal-Prozess am Anfang mit eurem Betreuer zusammen herausarbeiten. Dann kommt in meinen Fällen, in unseren Fällen, in der Regel eine Argumentation. Denn wir machen ja jetzt keine empirische Untersuchung, wir machen auch keinen theoretischen Beweis oder sowas, sondern wir arbeiten ja auf der Grundlage der Literatur. Und auf der Grundlage der Literatur führen wir jetzt eine Argumentation, die in eine bestimmte Richtung geht. Die habt ihr natürlich euch selber herausgearbeitet. Das wird dann im Zweifelsfalle ausgewertet. Also es kann sein, dass man am Ende die Argumentation, dass man die Ergebnisse nochmal zusammenfasst. Da hätten wir so eine Auswertung drin. Dann haben wir unten einen Bereich Beschränkung. Diese letzten drei, die gehören schon so zum Ende. Also Beschränkung, bei der Beschränkung, da kümmere ich mich darum, sag mal, was habe ich denn jetzt alles hier ausgelassen? Was muss man sich vielleicht nicht alles noch angucken? Wo könnte man die Dinge auch anders sehen oder sowas? Also dass man so eine Selbstkritikphase hat. Das gehört auch ein bisschen mit schon, also das kann man zusammenfassen unten, zu Ausblick und zur Zusammenfassung. Ausblick und Zusammenfassung würde ich persönlich eigentlich immer zusammenfassen. Denn das wird auch Fazit und Ausblick genannt oder Zusammenfassung und Ausblick, beides möglich. Natürlich, die Zusammenfassung guckt ja nochmal ein bisschen nach hinten, die fasst das Ganze nochmal zusammen. Da kann man sagen, ah ja, das war meine Idee, so habe ich es gemacht, die Ergebnisse sind rausgekommen, aber dabei habe ich alles Mögliche außer Acht gelassen, bringt man die Beschränkung unter. Und im Ausblick kann man dann sagen, das könnte man alles noch tun, das könnte jetzt noch folgen. Das heißt, es ergibt so ein bisschen Sinn, diese letzten drei so zusammenzudenken. Also ihr seht schon, ich habe zwar einen Ablauf hier hingeschrieben, das heißt aber nicht, dass es genau diese Wörter sein müssen und dass genau die Sachen auch alle einzeln sein müssen, die hier einzeln stehen. Man kann das oft auch zusammenfassen. Hier nochmal der Hinweis, ganz wichtig, kümmert euch um eure Community. Es gibt hier Bereiche, Forschungskommunities, also Fachgruppen bei uns und dann ihre Konferenzen oder sowas auf denen sie sind. Da sind Sachen stark vorgegeben. Da will man in jedem Paper explizit Limitations haben. Und da will man Threats to Validity haben und will das genau so benannt haben. Das ist in der Regel da so, wo es extrem um statistische Auswertungen geht. Da brauche ich häufig Threats to Validity. Also kümmert euch darum, bei mir ist, sagen wir mal, dieser Ablauf hilfreich, glaube ich, zur Strukturierung. Aber ihr seid sehr frei da drin, die Dinge zu benennen und auch Abfolgen zu ändern. Wichtiger als die Einteilung ist nämlich, und das ist sicherlich überall so, dass man einen roten Faden hat, dass man also von vorne nach hinten durch die Arbeit gut durchlesen kann und dass einem immer klar wird, was kommt als nächstes, was kommt davor. Das kann man natürlich auch sprachlich unterstützen. Und, dass es eine vernünftige Themeneinschränkung gibt. Das heißt, dass dieser Ansatz klar ist. Wenn ich dies, wenn ich das nicht habe und sage, das Thema ist das und ich rede über alles, was mir da einfällt, dann kann das keinen roten Faden haben. Das schließt sich aus. Das ist einfach nicht möglich. So, ich habe eben gesagt, die Einleitung. Die Einleitung ist mir ganz besonders wichtig und sie wird immer so stiefmütterlich behandelt. Deswegen ein paar zusätzliche Worte mal explizit zur Einleitung. Die kommen oft zu kurz im wahrsten Sinne des Wortes. Die Einleitung, ähnlich wie die Motivation bei der Präsentation, habe ich das ja auch schon gesagt, ist dafür da, um den Leser in das Paper oder in die Ausarbeitung hineinzuführen. Das heißt, die Einleitung dient dazu, dass man versteht, worum es eigentlich geht. Das heißt, in die Einleitung gehört immer hinein. Warum ist das Thema interessant? Warum behandelt man das? Gut, jetzt wird euch das Thema in der Regel vorgegeben sein. Aber trotzdem gebt ihr dann an, dass das ein relevantes Thema in einem bestimmten Bereich ist. Kann man ja auch nachvollziehen und kann das dann beschreiben. Die Frage ist dann, was will man mit dem Thema tun? Wie geht man das an? Was interessiert einen eigentlich daran? Und am Ende, wie macht man das eigentlich? Diese drei Fragen, die müssen in der Einleitung immer besprochen werden. Also warum, was, wie. Diese drei Fragen sind übrigens auch die drei Fragen, die in jedem Exposé zu einer Bachelor- oder Masterarbeit beantwortet werden sollten. Das heißt, das Exposé, das sage ich auch immer in meinen Betreuungsgesprächen, das Exposé ist eigentlich das, was hinterher in der Einleitung steht. Zwar schreibt man eine Einleitung häufig am Ende. Einfach aus dem Grund, weil man erst am Ende des ganzen Prozesses so richtig weiß, was man gemacht hat. Also kann man auch erst am Ende wirklich die Einleitung schreiben. Aber wenn man nur eine Einleitung schreiben müsste, dann macht man das, dass man auch sagt, warum, was und wie. Dass man diese drei Fragen beantwortet. Deswegen gehören die in ein Exposé hinein. Eine echte Einleitung, also die dann hinterher geschrieben wird, kann auch am Ende schon die Ergebnisse des Ganzen vorwegnehmen. Das ist völlig in Ordnung und manchmal auch sogar gewünscht. Also eine Einleitung kann so geschrieben sein, dass man nur die Einleitung lesen muss und weiß eigentlich schon über alles Wichtige Bescheid. Das ist kein Problem. Wir schreiben ja keinen Mörderroman, wo man mitraten muss und erst am Ende wissen darf, wer der Mörder ist. So ist das ja nicht. Das ist eine wissenschaftliche Arbeit. Wir können also die Hauptergebnisse durchaus auch schon in der Einleitung verraten. Das ist überhaupt kein Problem. Muss aber auch nicht unbedingt immer so sein. So, ich zeige euch nochmal gerade diese Aufstellung. So eine Ausarbeitung hat ja mehrere Kapitel, ob ihr sie nun so nehmt oder anders. Und Kapitel kann natürlich Unterkapitel haben. Das gibt auch oft Sinn, wenn man verschiedene Aspekte hat, die man dann da in verschiedenen Unterkapiteln unterbringen möchte, dass man dann Unterkapitel macht. Aber man sollte dabei nicht zu kleinteilig werden. Und das ist ein sehr typischer Fehler, den ich oft sehe, dass, sagen wir mal, die Kapitel- und Unterkapitelstruktur viel zu kleinteilig aufgeteilt wird. Da kann man sich ein paar Regeln mal merken, dass man, wenn man die einhält, dann können bestimmte Sachen schon mal nicht passieren. Das Erste ist mal, was ich oft sehe, ist, da sieht man ein Kapitel der ersten Ebene und dann sieht man direkt das erste Unterkapitel. Das macht man nie. Man schreibt immer unter einer Überschrift erstmal ein bisschen Text. Und das ist auch sehr hilfreich, denn ich möchte doch immer, da habe ich ja eben gesagt, wir müssen den Leser ja mitnehmen. Das heißt, es muss ja klar werden, warum mache ich das? Und wenn ich ein Kapitel anfange, dann gehört immer an den Anfang des Kapitels, warum mache ich das jetzt? Was hat das jetzt mit dem Ganzen zu tun, was ich eigentlich aussagen möchte? Also deswegen kommt immer am Anfang so ein erläuternder Text da rein. Also mindestens mal so ein Absatz gehört dahin. Dann kann auch ein Unterkapitel kommen. Was Absätze angeht, kann man sowieso mal eine Regel aufstellen. Ein Absatz besteht immer aus, sagen wir mal, drei Sätzen mindestens. Das kann natürlich auch mehr sein, aber drei sollte so ein Absatz schon haben. Wenn man ganz akademisch schreibt, mit ganz viel verschachtelten Nebensätzen, was man nicht tun sollte, dann können es mal nur zwei sein. Aber auf jeden Fall ist ein Absatz länger als ein Satz. Und eine Section, also ein Kapitel, ist immer länger als ein Absatz. Also wir haben immer mindestens mal zwei Absätze drin. Dieser Stil, also wo ich dann so sehe, 251 Überschrift und dann ein Absatz. 252 Überschrift Absatz. 253 Überschrift Absatz. Das sind keine Überschriften. Sowas kann man trotzdem machen, aber da braucht man ja keine Überschriften zu setzen. Man kann dann ja auch einfach das Wort, was man dann da oben hat, sagt man einfach Fett-Doppelpunkt, dann schreibt man den Absatz, das Fett-Doppelpunkt, den Absatz. Also das ist dann ja eigentlich eine Aufzählung. Und Aufzählungen schreibt man ja nicht mit Überschriften. Also seid da bitte nicht zu kleinteilig. Überschriften, Ebenen. Eigentlich sollte es reichen, Kapitel und Unterkapitel. Unter Unterkapitel in so einem kurzen Text braucht man nicht. Meiner Meinung nach nicht. Wenn man es haben sollte, überlegt für das Inhaltsverzeichnis, wenn ihr ein Inhaltsverzeichnis vorne angeht, was ihr übrigens nicht unbedingt braucht bei dieser Art von Arbeit, weil die ist eigentlich kurz genug. Da braucht man eigentlich kein Inhaltsverzeichnis. Aber wenn ihr eins habt, dann überlegt euch mal, wie viele Hierarchie-Ebenen das eigentlich zeigen müsste. Vielleicht reichen da dann zwei und das reicht dann auch in der Regel. Also seid nicht zu kleinteilig, was eure Unterstrukturierung angeht. Da sollen ja auch Zusammenhänge dargestellt werden. Wenn ihr das habt, wenn ihr so einen Text habt und der ist so kleinteilig, dann habt ihr wahrscheinlich einen bestimmten Fehler gemacht, nämlich eure Folien in Text umgeformt. Das ist erstmal so nicht der Fehler, aber zu sehr an der Folie noch geschrieben. Denn dann passiert das schnell. Dann hat man eine Folienüberschrift, einen Absatz, eine Folienüberschrift, einen Absatz, eine Folienüberschrift, einen Absatz. Aber eine Ausarbeitung sollte größere Zusammenhänge, größere Ideenzusammenhänge darstellen. Also das sollte nicht passieren. Also guckt danach, dass euch das am Ende nicht so unterkommt. Ganz wichtig bei wissenschaftlichen Ausarbeitungen sind natürlich die Quellen. Das hatten wir jetzt vorher schon gehabt und in dem ersten Video ja auch schon gesagt. Also man muss da die Quellen immer aufschreiben und sich immer notieren. Wann muss man denn eine Quelle angeben? Die Quelle muss man eigentlich immer angeben, wenn man sie benutzt. Also so kann man es vielleicht zusammenfassen. Man muss die Quelle angeben, wenn man wörtlich zitiert. Das macht auch fast jeder. Aber nicht nur dann. Man muss auch die Quelle angeben, wenn man die Ergebnisse anderer Leute verwendet. Also man hat irgendeine wissenschaftliche Arbeit und baut auf Ergebnissen anderer wissenschaftlicher Arbeiten auf, dann muss man ein Zitat angeben. Wenn man die Ideen anderer Leute verwendet, irgendjemand hatte eine Idee für eine Herangehensweise, man verwendet dessen Idee jetzt für was anderes. Da gibt man an, wo hat man diese Idee her. Wenn man eine Theorie verwendet, die man nicht selber aufgestellt hat, was ja fast immer der Fall sein dürfte, weil wir stellen ja nicht alle unsere Theorien selber auf, sondern wir sind ja bereits in einem großen Theorieumfeld. Es gibt ja dieses Bild mit wir sind immer nur die Zwergen auf den Schultern eines Riesen. Das heißt, der Riese quasi, der muss immer zitiert werden. Das gilt auch, wenn man etwas aus einer anderen Sprache übersetzt. Auch dann muss das Original zitiert werden. Ich mache das dann oft so, das ist aber mehr so mein Stil, dass ich das dann oft übersetze, vor allen Dingen, wenn ich Englisch schreibe, weil da ist es nicht üblich, dass man fremdsprachige Zitate verwendet. Dann übersetze ich die ins Englische, mache eine Fußnote dran und in der Fußnote schreibe ich den Originaltext nochmal hin. Auf jeden Fall gehört aber die Referenz dran auf die Originalquelle. Immer. Also Quellenangaben müssen wir tatsächlich immer machen. Das ist eine ganz wichtige Sache. Und Quellen anzugeben ist gut. Es gibt einen gewissen Irrglauben, der vielleicht durch die Schule kommt, könnte ich mir vorstellen, dass man in der Schule so beigebracht kriegt, dass Abschreiben unerwünscht ist. Man soll ja seine Hausaufgaben nicht abschreiben, seine Hausaufgaben soll man selbst gemacht haben. Und dass man irgendwie so ein, vielleicht in so einem Modus ist, dass man das vielleicht verstecken müsste, wenn man das macht. Oder dass, wenn man das macht, dass das einen Mangel an Kreativität zeigt oder sowas. Das Gegenteil ist der Fall. Dass ihr euch auskennt, dass ihr die relevanten Quellen gelesen habt, dass ihr wisst, was es schon gibt. Das zeigt, worüber ihr sprecht. Und dadurch stellt ihr eure Arbeit erst in einen Zusammenhang. Das heißt, eine Arbeit, die ohne Quellen auskäme, die könnte gar keine richtige wissenschaftliche Arbeit sein, denn die würde ja irgendwie im luftleeren Raum stattfinden müssen. Also Quellen anzugeben ist gut. Quellen nicht anzugeben, wenn man sie eigentlich angeben müsste, das nennt man ein Plagiat. Oder Plagiieren, wenn man das mal dann tut. Und Plagiieren ist verboten. Plagiieren ist Betrug. Das heißt, wenn man das macht, dann gibt man seine Arbeit für die Arbeit von jemand anderem aus. Und das kann ernste Konsequenzen haben, wie ihr in diesem Video hier sehen könnt. Guten Abend, meine Damen und Herren. Verteidigungsminister zu Guttenberg ist zurückgetreten. Am Anfang war ein Aufsatz in der Zeitschrift Kritische Justiz kritisiert wird zu Guttenbergs Dissertation. Ein Rezensent wollte die Dissertation besprechen. Beim Lesen fallen ihm Auffälligkeiten auf. Und daraufhin schickt er den Text durch eine Suchmaschine und das Ergebnis liegt vor. Und danach sind ganze Abschnitte kopiert. Die Arbeit zu großen Teilen ein Plagiat. Seit dem 16. Februar steht die Frage im Raum. Absurd, sagt zu Guttenberg, räumt aber schon zwei Tage später Fehler in der Dissertation an. Sie ist über etwa sieben Jahre neben meiner Berufs- und Abgeordnetentätigkeit als junger Familienvater in mühevollster Kleinarbeit entstanden. Und sie enthält fraglos Fehler. Zu Guttenberg will sich nun nicht mehr Doktor nennen, bis die Uni Bayreuth die Vorwürfe überprüft hat. Die werden immer massiver. Auf über 200 Seiten soll sich zu Guttenberg unrechtmäßig bei anderen Autoren bedient haben. Sogar beim wissenschaftlichen Dienst des Bundestags. Am 23. Februar stellt die Opposition zu Guttenberg zur Rede ein Tribunal. Sie haben getäuscht, sie haben betrogen, sie haben gelogen. Früher wusste der Adel, was an so einer Stelle zu tun ist. Am selben Tag zieht die Uni Bayreuth ihre Konsequenzen. Die Universität Bayreuth erkennt Herrn zu Guttenberg den verliehenen Doktortitel ab. Immer mehr hochrangige Wissenschaftler, auch viele Studenten fordern zu Guttenberg zum Rücktritt auf. Selbst in den eigenen CDU-CSU-Reihen wächst der Druck. Zu Guttenberg reagiert und gibt nach dem Titel auch das Amt auf. Also hier habt ihr jetzt gesehen, da handelt es sich natürlich um eine Doktorarbeit und Plagieren in einer Doktorarbeit ist natürlich nochmal was anderes. Und dass der gute Mann Politiker war, das wird eine Rolle gespielt haben. Aber ihr seht, Plagiieren kann einem auf die Füße fallen. Fürs Plagiieren, wenn das vorauskommt, kann man exmatrikuliert werden. Und man kann auf jeden Fall dafür bestraft werden. Mit Geldstrafen, mit Aberkennung von Titeln und das auch noch Jahre hinterher. Das heißt bitte, Plagiieren sollt ihr nicht. Plagiate sind verboten. Die Universität nutzt Software zum Finden von Plagiaten. Und das behalten wir uns auch vor, dass wir die benutzen, diese Software. Die findet vor allen Dingen wörtliche Plagiate. Aber Vorsicht, nicht nur wörtliches Plagiieren ist Plagiieren. Auch einfach die Ideen, die Ergebnisse, die Theorien von jemand anderem zu verwenden, ohne dass man das angibt, ist ein Plagiat. Nicht nur in Zitaten kann man plagiieren. Das ist eine ganz wichtige Sache. Ganz wichtig dabei. Ich will da jetzt gar keinem was unterstellen, aber es kommt leider immer mal wieder vor. Dass Leute auf den Gedanken kommen und Text von irgendwo anders nehmen, zu sich rüber kopieren und dann einfach nur die Sätze umschreiben. Also einen Nebensatz zum Hauptsatz machen, ein Aber durch ein Dennoch ersetzen oder sowas. Und das dann als ihre eigene Arbeit ausgeben. Plagiatsoftware findet das nicht. Das ist richtig. Ich habe sowas schon sehr oft gefunden, andere Kollegen auch. und es ist trotzdem ein Plagiat. Es wäre schon selbst dann ein Plagiat, wenn nicht ein Wort das gleiche wäre, man aber die Ideen und die davon einfach übernommen. Es gehört also auf jeden Fall eine Referenz dahin. Eine Referenz anzugeben und dann dieses Umschreiben zu machen, ist auch ganz schlechter Stil. Ob es ein Plagiat ist, ist ein bisschen umstritten. Aber es ist auf jeden Fall ganz schlecht und wird euch auch ganz, ganz negativ ausgelegt. Ich persönlich finde es sogar als noch viel schlimmer, denn es ist dann so eine Art verkapptes Zitat. Also wenn man, klar, wenn ich eine Arbeit schreiben würde und sie würde nur aus Zitaten bestehen und ich hätte überhaupt gar keinen Eigenanteil, dann würde ich da keine gute Note für kriegen oder sogar durchfallen. Also verkappe ich das, indem ich nie Zitate so tue, als würde ich nur inhaltliche Wiedergaben machen, aber eigentlich sind es immer noch Zitate. Das ist so vorsätzlich, dass ich das eigentlich fast verwerflicher finde, als irgendwo mal eine Referenz zu vergessen. Aber das ist eine Sache, die ist debattierbar. Aber kommt da nicht hin. Macht das nicht. Also wenn ihr etwas verwendet, gebt die Referenzen an. Wenn ihr Inhalte wiedergebt, auch wenn ihr sie wörtlich zitiert, macht Zitate raus. Wenn ihr sie nur inhaltlich zitiert, gebt trotzdem die Referenzen an. So einfach ist es eigentlich. Zitate habe ich gerade erwähnt. Was hat es mit Zitaten aus? Zitate sind in der Informatik gar nicht so besonders häufig. Es gibt andere Wissenschaften, da wird viel häufiger wörtlich zitiert. In der Informatik braucht man das selten. Eigentlich fast nur, wenn man irgendwelche Definitionen zitiert oder so. Ansonsten reichen eigentlich inhaltliche Referenzen, die man dann in eigenen Worten unterbringt. Trotzdem will ich euch natürlich erzählen, was man bei Zitaten bedenkt und wie man Zitate macht. Guckt euch mal hier das Beispiel an. Hier sehen wir gleich zwei verschiedene Arten von Zitat. Also These Automatic Digital Computing Systems. Das ist ein Zitat, ein sogenanntes Inline-Zitat. Also innerhalb der Zeile. Und ich schreibe einfach den Satz weiter. Also ich verwende ein paar Worte von jemand anderem. Hier von Herrn von Neumann aus seinem bekannten Paper von 1945. Der nennt das ja Automatic Digital Computing Systems. Also habe ich das in Zitate in Anführungszeichen gepackt. Deutsche Anführungszeichen sind unten oben. Englische Anführungszeichen, so wie hier zu sehen, eben nicht oben oben. Sind auch nicht zweimal die gleichen Zeichen. Aber gut, das ist eine Kleinigkeit. Das macht in der Regel auch heute jede Textverarbeitung korrekt von euch. So, are described by von Neumann. Das ist die Referenzangabe. As. Und dann kommt jetzt die Angabe. Und das ist ein sogenanntes Blockzitat. Hier mache ich ein Zitat, das sich dadurch kennzeichnet, dass es eingerückt ist. Und ob man dann jetzt noch Anführungszeichen drumherum braucht oder nicht, Das ist ein bisschen Geschmackssache. Ich verwende sie gerne, andere verwenden das nicht. Aber es ist auf jeden Fall als Zitat gekennzeichnet. Was ihr da auch seht, ist dieses eckige Klammer, Punkt, 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 eckige Klammer. Was ist das? Das ist ein Auslassungszeichen. Mit diesen eckigen Klammern kann man es hinkriegen, dass man in einem Zitat kleine Anpassungen macht, die das in den Satzbau besser einbauen. Also ich wollte das ja als durchgängigen Satz lesbar haben. Also habe ich mit hier Punkt, Punkt, Punkt gearbeitet, um das, was da vorher stand, einfach wegzukürzen. Das kann man zum Kürzen verwenden. Das kann man machen, um grammatische Anpassungen zu machen. Zum Beispiel ist es ja oft so, wenn man was zitiert, dann steht da, es wurde oder so. Und das S bezieht sich auf etwas, was im Satz davor stand, was aber eigentlich hier hin müsste, weil man es ja zitieren müsste, oder weil man ja ein zusammenhängendes Zitat machen will. Dann schreibt man in die eckigen Klammern hinein und ersetzt damit das S. Was man damit nicht machen darf, ist die Bedeutung des Zitats ändern. Das ist eigentlich auch selbstverständlich. Wenn ich ein Zitat habe, dann darf ich nie das Zitat gegen seine Bedeutung einsetzen. Das ist immer ein falsches Zitieren. Das kann man leicht machen, weil einzelne Sätze zu zitieren häufig auch umgedeutet werden können. Sondern man verwendet ein Zitat nur in dem Inhalt, in dem Zusammenhang, wie es auch gemeint war. Denkt mal an das letzte Video mit dem Beispiel mit dem Computer und der Bildung. Da war ein Zitat quasi gegen seine ursprüngliche Intention verwendet worden. Eine interessante Sache gibt es noch. Diese Abkürzung SIC-Ausrufezeichen in eckigen Klammern. Das ist ein lateinischer Ausdruck, der mir gerade nicht einfällt. Er steht im Deutschen für so und genau so. Das schreibt man dahinter, wenn man etwas zitiert. Und in dem Zitierten ist ein Fehler drin. Ihr seht hier zum Beispiel, ein Compta ist ein elektronisches Gerät. Da hat sich jemand verschrieben. Das zitiert man so mit. Man zitiert also alle Fehler mit. Man zitiert übrigens auch Texte in alter Rechtschreibung in alter Rechtschreibung. Und man zitiert in einem British-English-Text auch Zitate in amerikanischer Rechtschreibung, amerikanischer Rechtschreibung. Da schreibt man nicht jedes Mal SIC dahinter. Das lässt man so. Das ist einfach nur Änderung in der Schreibweise. Aber wenn da ein wirklicher Fehler drin ist, dann bietet es sich an, dieses SIC hinzuschreiben. Einfach um darzustellen, dass nicht ihr da einen Fehler gemacht habt, sondern dass ihr einen Fehler übernehmt. Eine Unsitte, die sich breit gemacht hat, die ihr bitte lasst, ist, SIC hinzuschreiben, wenn euch die Ausdrucksweise nicht gefällt. Ich habe hier mal ein Beispiel genommen aus Star Trek. Alte Star Trek Vorspann, da heißt es drin, where no man has gone before. Das hat man ja früher im Englischen als kein Mensch, hat man nur man gesagt. Das macht man heute natürlich nicht mehr. Aber da SIC hinzuschreiben ist falsch, denn das ist ja kein Fehler gewesen, also schon gar nicht in seinem historischen Zusammenhang. Schreibt also nicht SIC irgendwo hin, weil ihr mit der Aussage nicht einverstanden seid, sondern schreibt das hin, wenn irgendwo ein Tippfehler, Rechtschreibfehler oder sonst einiger Fehler, Grammatikfehler oder so, wenn das unterkommt, dann schreibt man das hin. So, wie ich gesagt habe, Zitate sind gar nicht so sehr verbreitet, aber Inhalte müssen ja auch sonst wiedergegeben werden. Wie macht man das denn? Was sind denn da vernünftige Methodiken, das wiederzugeben? Da habe ich euch ein paar Beispiele mitgebracht. Schaut mal oben, da sind einfach ein paar Zitate und ich würde euch jetzt mal vielleicht bitten, rückt mal kurz auf Pause, lest die vielleicht einmal durch. So, das sind drei Zitate aus drei verschiedenen Arbeiten und ich habe das dritte Mal Wikipedia jetzt einfach genommen. Nicht, weil ich meine, Wikipedia sollte man hier zitieren, sondern weil ich dann was Bestimmtes dran zeigen will. Das seht ihr jetzt gleich. So, wir wollen jetzt uns auf diese Dinge beziehen und die Inhalte daraus referenzieren. Da kann man zwei so grundsätzliche Arten vielleicht mal unterscheiden. Das eine ist faktisch, also ich gebe ein Fakt wieder und das andere ist distanziert. Und das kommt jetzt natürlich darauf an, was da steht. So, gucken wir mal. Der Mount Everest ist der höchste Berg der Erde und dann steht es in Klammern Wikipedia dahinter. Niemand, das wäre jetzt eine richtige wissenschaftliche Quelle. Das ist auf jeden Fall so in Ordnung. Das kann man so machen, denn das ist eine faktische Aussage. Ich habe einen Fakt ausgesagt, der ist auch einfach mit ist und aus Wikipedia, das nehme ich, gebe ich nur als Referenz an. Gucken wir mal weiter. Ein Automatic Computer System ist ein Gerät, das, und dann von Neumann 1945, da habe ich mal so eine Klammer drum gesetzt, denn, naja, man könnte auch sagen, das ist eigentlich, sagen wir mal, eine Ansicht auf bestimmte Dinge. Aber, da das eine Definition ist, kann man das so machen. Ich würde es persönlich nicht so machen. Wir sehen das gleich unten, wie man es anders machen könnte. So, AP habe ich jetzt mal kurz abgekürzt, damit das hier so hinpasst. Responsives Positionieren entspricht am ehesten dem klassischen MVC-Konzept von Rinskog. Das würde ich so nicht zitieren, denn, äh, das ist eine Einschätzung, ne, der Winkelkämpfer, das bin jetzt mal gerade ich, aber jetzt distanziere ich mich mal von mir, äh, das ist eine Einschätzung, die ich da gemacht habe, und die sollte man nicht als Fakt darstellen, ne, aber so liest sich das wie ein Fakt, ne, und das sollte man vermeiden. Gucken wir mal, wie das jeweils distanziert wäre und ob es dann noch stimmt. Distanzierte Methode. Laut Wikipedia ist der Mount Everest der höchste Berg der Erde. Komisch, oder? Also, da klingt es jetzt so, als wäre ich eigentlich irgendwie unter den Verschwörungstheoretikern unterwegs, ne. Laut Wikipedia, also überzeugt bin ich davon jetzt aber nicht, ne. Das sollte man nicht machen, wenn man einen Fakt zitiert, ne. Also, wenn ich einen Fakt wiedergebe und brauche dafür eine Referenz, aber ich glaube das schon, also es ist schon gesetztes Wissen und es ist nicht einfach nur eine Ansicht, dann sollte man nicht laut Wikipedia schreiben. Ne, das wäre nicht korrekt. So, von Neumann, 1945, so eine Angabe, wie man ein Zitat angeben kann, beschreibt ein Automatic Computing System als ein Gerät, das. Das ist gut, so zu schreiben, ne. Jetzt schreibe ich nicht, dass es das ist, sondern der beschreibt das so. So, das hätte man jetzt bei der Sache da drüber, Wikipedia bezeichnet das als den höchsten Berg der Erde. Ne, ne, ne. Das ist ja ein Fakt, ein richtiger Fakt. Und da sollte man nicht mit so distanzierten Formulierungen hingehen. Aber bei einer Definition, da gibt es Sinn, sowas mit, der definiert das so. Oder das, da ist man so ein bisschen aus der Nummer raus. So, was ist mit dem Letzten? Ausgehend von einem Vergleich von MVC-Konzepten, stellt Winkelkämper fest, dass das klassische Modell von Winscowk für Responsive Positioning am ehesten geeignet sei. Das ist auch korrekt so. Denn das ist eine Einschätzung und bei der Einschätzung ergibt es Sinn, dass man so eine distanzierte Art und Weise verwendet. Und hier ist das noch auf eine besondere Art und Weise passiert, nämlich mit einer indirekten Rede. Das erkennt ihr an dem Sei. Also, wir verwenden Konjunktiv 1, wenn ihr mal an eure Schulzeit da vielleicht zurückdenkt. Konjunktiv 2 wäre falsch. Konjunktiv 2 wäre mit wäre. Also, dass das am ehesten geeignet wäre. In der Umgangssprache sagt man das, aber in Schriftsprache ist das falsch. Indirekte Rede funktioniert nur, wenn ich den Redner auch nenne. Das heißt, ich kann nicht einfach nur sagen, das und das sei so und mache dann erst die Referenz oder mache die Referenz sogar nur mit einer Nummer oder so. Das geht nicht. Das ist grammatisch nicht korrekt. Ich muss schon sagen, wer spricht. Und wenn ich spreche, dann kann ich indirekte Rede verwenden. Oft ist es so, dass die indirekte Rede erst ab dem zweiten Satz so ist. Dass ich sage, Winkelkämpfer beschreibt MVC-Modelle. Das und das sei das Beste. Also, aus dem zweiten Satz mit sei. Die indirekte Rede ist ein bisschen aus der Mode gekommen. Also, es ist weniger heute, dass man indirekte Rede verwendet. Ich persönlich würde diese Ausdrucksweise mit der indirekten Rede nur dann verwenden, wenn es sich wirklich um Meinungsaussagen handelt. Und also wirklich um so gefärbte Meinungsaussagen. Also, der Politiker hat sich verteidigt. Die Ausgaben seien gar nicht unter seiner Verantwortung erfolgt oder so. Dann kann man das machen. Aber ansonsten würde ich von der indirekten Rede heute fast ein bisschen Abstand nehmen. Wichtig ist aber, dass man diese Unterscheidung halt macht. Wenn ich etwas faktisch wiedergebe, dann schreibe ich nicht laut dem und dem oder sowas dahin. Dann mache ich nicht diese Distanzierung. Dann faktische Wiedergabe, dann gebe ich einfach nur die Zitate da aus. Wenn ich Meinungen da habe oder, sagen wir mal, ich gebe Untersuchungen von anderen Leuten wieder, dann kann ich mich mit sowas wie von Neumann hat untersucht, Winkelkämpfer hat festgestellt, gut aus der Affäre ziehen. Selbst dann, wenn ich einen Zitierstil verwende, der so nahe mit Nummern arbeitet. Und das sehen wir jetzt gleich auf der nächsten Seite. Nämlich, wie man eigentlich das Zitat selber angibt. Ihr seht hier, ich habe hier einen bestimmten Stil genommen oder es sind sogar zwei verschiedene, den ich mag. Aber gucken wir uns das mal an. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. So, das Konzept der Potenziale digitaler Medien wurde vorgestellt. So, und jetzt schauen wir mal, wie kann man das machen. Also in 1, in Win17, in Winkelkämpfer 2017, von Winkelkämpfer 2017, jetzt jeweils mit verschiedenen Klammersetzungen. Da gibt es natürlich noch viel mehr. Die erste Variante, die mag ich nicht. Die ist oft vorgegeben und ist auch nicht falsch. Viele Vorlagen haben das so drin. Aber das führt dazu, dass man nie weiß, wer das ist. Und man ist immer noch immer am Blättern. Und man weiß auch nie so richtig, wann zweimal der gleiche ist. Weil, also nur die Nummer, finde ich doof, muss ich sagen. Das zweite, da ist ein Kürzel verwendet worden. Das sind also erst die ersten drei Buchstaben des Nachnamens. Und das Jahr, das ist schon besser, finde ich. Denn dann kann man immerhin noch mal feststellen, ob das der gleiche ist. Wenn ich einmal weiß, wer das war, dann weiß ich, wer Winn war. Und 17, ich weiß also, dass das 2017 erschienen ist. Das ist auch schon mal sehr hilfreich, ob irgendetwas von 1956 oder von 2020 ist. Das macht ja oft einen Unterschied. Das finde ich besser. Das dritte wurde in Winkelkämpfer 2017 vorgestellt. Finde ich noch besser. Das kann man nämlich lesen. Davon ist eigentlich die vierte Variante, die schönere. Also Winkelkämpfer 2017, dann weiß ich, aha, ich kann hinten nachgucken. Winkelkämpfer 2017, dann habe ich die Referenz. Aber ich weiß, wer das war und ich weiß, wann das war. Die Variante mit der Klammer um das Ganze herum, die würde ich dann verwenden, wenn ich die Referenz ans Ende stelle. Also das Konzept digitaler Medien wurde vorgestellt. Klammer auf, Winkelkämpfer 2017, Klammer zu. Dann ist das also für so eine faktische Aussage zum Beispiel. Da würde ich es einfach in Klammern dahinter setzen. Also die beiden kann man auch gut miteinander kombinieren. Das funktioniert übrigens auch in Tech, in LaTeX. Natürlich, wenn ihr da einen Site-Befehl verwendet, dann wird, wenn man eine entsprechende Vorlage hat, das passieren, was bei Nummer 4 steht. Und wenn ihr Site-P, also mit P für Page, dann könnt ihr noch zusätzliche Zeitenzahl angeben. Dann kommt das raus, was oben drüber steht mit der Klammer drumherum. Bei den entsprechenden Vorlagen. Site-P gibt es immer. Das brauchen wir nämlich, um Seitenzahlen anzugeben. Da kommen wir gleich noch drauf zu. Wenn ihr feste Publikationen habt, dann habt ihr häufig keine Wahl. Dann ist der Stil vorgegeben. Ich persönlich würde drei oder vier empfehlen. Also wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, dann nehmt ihr das. Wird aber auch nicht negativ ausgelegt oder sowas. Bei längeren Texten muss man immer eine Seitenzahl angeben. So, jetzt, das ist nochmal eine wichtige Sache. Wenn ich eine Referenz habe auf ein Paper. Ein Paper ist in der Regel nicht besonders lang. Dann brauche ich eigentlich in dem Paper nicht unbedingt nochmal eine Seitenzahl anzugeben. Ich habe dann aber die Seitenzahlen schon im Literaturverzeichnis stehen. Dann weiß ich nämlich aus dem ganzen Berg, auf welchen Seiten stand das. Wenn ich ein ganzes Buch habe als Referenz und da versuche ich ja verschiedenen Kapiteln oder sowas oder verschiedenen Stellen. Na, dann muss ich eine Seitenzahl angeben. Ich kann doch nicht auf ein ganzes Buch sagen und sagen, da steht das drin. Da kann ich ja hinschreiben, Verweis Lexikon. Das geht ja nicht. Sondern ich muss dann eine Seitenzahl angeben. Und das macht man zum Beispiel auf diese Art und Weise. Oft ist nicht nur ein Autor da. Wenn man mehrere Autoren hat, dann gibt man mehrere Autoren an. In der Variante, die ich ja, wie ich gesagt habe, präferiere. Wie es ist hier immer, Winkelkämper 2019, nur ich. Winkelkämper und Selke 2017. Und wenn man mehr als zwei hat, dann macht man das, indem man et al. hinschreibt. Et al. bedeutet und Kollegen. Also das heißt, Winkelkämper und seine Kollegen haben das geschrieben. Hinten im Literaturverzeichnis schreibt man die Kollegen alle hin. Aber vorne in der Verwendung schreibt man dann Winkelkämper et al. So, jetzt habe ich, so schreiben wir es in den Text. Wie schreiben wir hinten das Literaturverzeichnis? Literaturverzeichnis sieht zum Beispiel so aus. Da gibt es auch Vorlagen für verschiedene. Und die sind auch in der Regel vorgegeben. Worauf es mir wichtig ist, ist, dass ihr einmal konsistent seid im Literaturverzeichnis. Und, dass ihr möglichst viele Informationen ins Literaturverzeichnis auch reinschreibt. Also nicht beliebig viele, das meine ich nicht. Aber, das was ich hier jetzt hingeschrieben habe, Also, wir brauchen einen Quellenbereich, der heißt oft Literatur oder Quellen. Und da müssen wir das alles wieder aufführen. Und hier steht immer, wie ich es in dem Text genannt habe, Agravala 2006, Apple 1983, so war das ja im Text aufgeführt. So, und dann stehen da Informationen. Wir brauchen Autor, Titel, Buch. Also, worin ist das erschienen? Ein Verlag, ein Jahr und eine Seitenangabe. Oder jeweils Äquivalentes. Was meine ich mit Äquivalentes? Nicht alle Angaben, nicht alles, was wir hier verwenden, ist ja unbedingt so eine wissenschaftliche Arbeit. Oder muss auch nicht unbedingt gedruckter Text sein. Vor allen Dingen, Websites sind da immer wieder spannend. Wie gebe ich denn Websites an? Und da sehe ich dann immer wieder, dass da nur eine URL angegeben wurde oder nur ein Titel und eine URL. Nein, das reicht mir nicht. Ich brauche mehr Informationen. Oder wir brauchen alle mehr Informationen, denn wir müssen das ja einschätzen können. Was für eine Art von Website ist das denn? Deswegen versucht ihr einfach diese Eigenschaften, also Titel, Zeitschrift oder Buch, in dem es erschienen ist, Autor, Jahr, URL, alle immer herauszufinden. Also URL hätte jetzt der Seitenzahl quasi entsprochen. Das heißt, ihr habt irgendwie was gefunden, was auch eine vernünftige Quelle ist. Das heißt, ihr gebt den Titel an. Das ist der Artikel des Artikels, sagen wir mal, den ihr da so gefunden habt. Anstatt Elle von Zeitschrift oder Buch gebt ihr die Website an, aus der das Ganze ist. Nehmen wir mal das Beispiel. Schaut mal oben rechts. Da seht ihr, ihr verwendet Funktionsdefinitionen in PHP. Das wird einen Titel haben. User Defined Functions heißt das, glaube ich. Dann wäre der Titel User Defined Functions. Anstelle von Zeitschrift schreibt ihr rein per PHP Reference Manual oder wie es konkret heißt. Müsst ihr mal genau reingucken. Autor. Kann man den Autor herausfinden? Manchmal kann man den Autor herausfinden, weil er irgendwie da dran steht. Wenn er nicht dran steht, dann verwendet ihr anstelle des Autors die Organisation selber. Also php.net wäre das jetzt hier an dieser Stelle, wäre dann der Autor. Eine Jahreszahl. Oft steht eine Jahreszahl dran. Oft kann man die Jahreszahl schließen, zum Beispiel wenn es steht, vor wie vielen Jahren das gepostet wurde oder sowas. Und ansonsten kann man sich mal versuchen zu behelfen, indem man die Internet Wayback Machine verwendet vom Internet Archive. Sowieso ein guter Tipp. Mit diesem Internet Archive kann man frühere Versionen von Webseiten angucken. Und dann kann man ja mal zurückgucken, ab wann diese Seite diesen Inhalt so aufwies. Und dann kann man das verwenden. Das ist dann eine gute Eingrenzung auf eine Jahreszahl. Und anstelle einer Seitenzahl geben wir eine URL an. Und da ist es empfehlenswert, einen Permalink zu verwenden. Permalink ist ein Link, der sich nicht immer wieder ändert. Ihr kennt alle das Phänomen. Links auf Inhalte ständig kriegt man 404 Meldungen. Viele Seiten, die irgendwie ein bisschen was auf sich halten, bieten auch Permalinks an. Bei Wikipedia geht das zum Beispiel, indem man in die Versionsgeschichte geht und dann eine bestimmte Version raussucht. Dann kriegt die eine Old ID. Das heißt, die kann man verwenden und dann dieser Link führt immer auf diese Version, auch wenn es eine neuere Version gibt. Sonst kann man auch wieder das Internet Archive verwenden und einfach die Seite mal eingeben, die man hat. Und dann eine archivierte Version verwenden. Wenn die nicht drin ist, kann man auch sagen, bitte archiviere das jetzt. Dann wird diese Seite aufgenommen und dann hat man auch so eine URL, die man da drin verwenden kann. Das sind dann URLs, die ändern sich nicht wieder. Und sie geben einen Stand wieder. Ein Stand ist ja eigentlich viel interessanter als dieses Aufrufdatum. Also wenn man das schafft, dann sollte man das angeben. Sonst kann man auch sowas wie aufgerufen am tatsächlich mit da angeben. Halte ich aber nicht für besonders informativ. Sondern zu welchem Stand das ist, ist eigentlich die interessantere Variante. So, ihr habt in eurer Ausarbeitung oder auch in der Repräsentation natürlich nicht nur Text, sondern ihr verwendet ja wahrscheinlich auch mal Bilder oder Tabellen oder Quellcode. Also, gut, Quellcode ist auch Text, aber es ist ja trotzdem etwas, was dann so ein bisschen für sich steht. Was macht man dann? Wenn man das hat, dann braucht man erstmal immer eine Unterschrift, Bildunterschrift, Tabellenunterschrift. Quellcode kann man auch so eine Art Bildunterschrift drunter machen. Die werden durchnummeriert und dieses Durchnummerierte wird dann im Text wieder aufgegriffen. Schaut euch das Beispiel hier an. Ihr seht eine Mindmap aus dem Buch von Buzan und Buzan. Da ist auch die Quelle angegeben. Das ist das Wichtige. Auch Bilder, Tabellen, Quelltexte, wenn ihr sie von woanders habt, haben ja eine Quelle. Und diese Quelle, diese Referenz muss angegeben werden. Also hier ist das gemacht. Also komplette Angabe. Buzan und Buzan. Und wo das zu finden ist, in dem Buch angegeben. Gut. Genannt ist das, das hat eine Bildunterschrift und das ist Figure 13. Und an anderer Stelle im Text verwendet man dann Figure 13 und beschreibt, was das Bild macht. Ein Bild, eine Tabelle und ein Quelltext stehen nie alleine für sich. Das sind ja keine Zierelemente, sondern es sind ja Dinge, über die ich wissenschaftlich spreche. Nur deswegen übrigens dürfen wir Bilder und sowas überhaupt einfach so verwenden. Also wir dürfen ja ein Bild aus einem Buch einfach so rausnehmen. Wir dürfen einen Quelltext einfach übernehmen. Wenn wir ihn besprechen, das ist eine Ausnahme im Urheberrecht, wenn ich über einen, also ich darf ja zum Beispiel nicht einfach euch irgendeinen Film zeigen, aber wenn ich diesen Film bespreche, dann darf ich euch auch Ausnitte aus einem Film zeigen. Das ist eine Ausnahme im Urheberrecht. Zitationsrecht teilt sich das ja. Und das bedeutet aber, es muss auch wirklich besprochen werden. Ich kann das nicht einfach so als irgendwelches Zierwerk da drin verwenden. Wikipedia oder Flickr sind keine Quellenangaben, sondern sind ja nur das Medium. Das heißt, wenn ihr Bilder von Wikipedia übernehmt, was den Vorteil hat, dass man die immer frei benutzen darf. Und da gibt es auch noch eine große Bibliothek von Bildern. Dann guckt mal, wie man das referenzieren muss. Da gibt es nämlich immer eine Angabe, die kann man dann verwenden und da steht dann der Autor drin. Und das verwendet ihr bitte. Flickr ist nur eine Plattform für Bilder. Es gibt natürlich auch andere. Es könnte auch Instagram sein, wenn ihr jetzt bei Instagram Bilder für eure wissenschaftliche Ausarbeitung findet. Weiß ich nicht. Aber sei es drum. Jedenfalls wären das ja nicht, Instagram ist ja kein Autor, sondern ihr müsstet dann ja auch denjenigen referenzieren, der das bei Instagram angegeben hat. Sonst könntet ihr ja auch Bibliothek oder Album hinschreiben. Also bitte, wenn ihr Bildreferenzen, Quelltextreferenzen habt, vollständige Angaben machen und immer auf den Autor, auf den tatsächlichen Autor verweisen, so ihr den dann natürlich finden könnt. So. Sprache ist natürlich eine wichtige Angelegenheit. War es ja auch schon bei der Präsentation. Aber in der Ausarbeitung, da muss man auf die Sprache noch ein bisschen mehr Wert legen. Da müssen wir nämlich wissenschaftliche Sprache sprechen, schreiben. Was ist wissenschaftliche Sprache? Das ist gar nicht einfach zu sagen. Also zunächst ist es erstmal korrekte Rechtschreibung und korrekte Grammatik. So viel sei mal eigentlich klar. Wobei ich da mal mit zwei Phänomenen ein bisschen aufräumen möchte, die mir immer wieder auffallen und die ich gerne mal ausgeräumt hätte. Das eine ist etwas, was man, glaube ich, in der Schule lernt und falsch lernt. Wirklich richtig falsch. Also ganz falsch. Nämlich der Irrglaube, dass man die Relativpronomen, der, die, das, in wissenschaftlichen Texten nicht verwenden darf und stattdessen welche, welcher und welches sagen soll. Also der Autor welcher oder die Bibliothek welche diese Funktion beinhaltet. Warum? Verstehe ich nicht. Das ist Blödsinn. Es klingt schrecklich gestelzt. Und wenn man mal in den Duden guckt, da lese ich jetzt tatsächlich mal was vor. Da steht, dass der Relativpronomen welcher, welche, welches wirkt im Vergleich zu der, die, das häufig schwerfällig und wird deshalb meist nur verwendet, wenn eine Wiederholung von der, die, das vermieten werden sollte oder soll. Und das ist, selbst dann würde ich es nicht machen. Also die Frau, die die Vase hat fallen lassen. Die, die, naja. Aber die Frau, welche die Vase, ah nein. Also dann besser die, die. Also ich persönlich finde es ganz schlimm. Und selbst in dem Fall von Doppelungen würde ich es eigentlich weglassen. Guck mal hier die Beispiele an. Personen, für welche das gilt. Um Gottes Willen. Personen, für die das gilt. Welche die beste, die, welche die beste Arbeit geleistet hatten. Na gut, da kann ich es verstehen. Weil sonst steht da die, die die beste. Dann haben wir dreimal die. Da könnte ich es ja noch nachvollziehen. Aber ansonsten, um Gottes Willen, treibt euch dieses Welche, Welche, Welches aus. Vergesst das. Löschen. Einfach löschen. Eine Sache aus dem Bereich der Rechtschreibung möchte ich auch mal anbringen, weil ich das oft so falsch sehe. Begriffe, die aus mehreren Worten bestehen. Im Deutschen werden entweder zusammengeschrieben. Das ist der berühmte Donaudampfschifffahrtskapitänsgehilfe und so. Das schreibt man in einem Wort zusammen. Oder man schreibt ein Bindestrich dazwischen, wenn es der Lesbarkeit hilft. Oder wenn man aus zwei Sprachen kombiniert oder eine Abkürzung mit einer Sprache. Schaut mal hier. Prüfungsausschusssitzung ist ein Wort. Wenn euch das stört, dann schreibt ihr nicht Prüfungsausschusssitzung, sondern dann schreibt ihr die Sitzung des Prüfungsausschusses. Dann kann man das ein bisschen entzerren. ZEPT-Standard mit Bindestrich. Open-Source-Software. Auch wenn man das im Englischen auseinanderschreibt. Im Deutschen schreibt man das mit Bindestrichen zusammen. Das nennt man Durchkoppeln. Anzahl der COBOL-Programmierer. Ich habe da letztens noch gelesen, COBOL-Programmierer-Anzahl. Nein. Also entweder wäre es COBOL-Programmierer-Anzahl oder COBOL-Anzahl der, rausgezogen, aber COBOL-Programmierer. Auf jeden Fall durchgekoppelt. Nicht in einzelnen Worten. So, ich will jetzt hier keinen Rechtschreibkurs draus machen, aber das mit dem welcher, welcher, welches, da habe ich schon mal gedacht, da könnte man ein super Trinkspiel raus machen. Das ist ja schrecklich. Also das macht bitte nicht und das andere macht doch bitte auch korrekt. Da wäre mir schon viel geholfen, weil das wirklich sehr häufig vorkommende Probleme sind. Ansonsten ist die Frage, was macht einen wissenschaftlichen Stil aus, leider oft eine Frage der Routine. Das heißt, ich werde euch wahrscheinlich irgendwann mal als Rückmeldung geben, das ist kein richtiger wissenschaftlicher Stil und kann euch dann wahrscheinlich auch sagen, warum. Aber was es dann genau sein muss, ist oft ein bisschen schwierig festzustellen. Es gibt so ein paar Sachen, die man vermeiden könnte oder auf die man achten kann. Das eine ist, dass man nicht im Magazinstil spricht oder im Erzählstil. Erzählstil bedeutet, ich erzähle euch jetzt mal eine Geschichte, so nach dem Motto, und dann kam der da hin oder sowas. Das machen wir nicht, sondern wir beschreiben in der Regel Fakten und Ereignisse, aber nicht so sehr Geschichte im Sinne von, dann ging der nach da und dann passierte das mit dem. Das ist ein bisschen unüblich. Magazinstil, Magazine haben einen anderen Stil als wissenschaftlichen Stil und verwenden häufig Begriffe oder Sätze, die dieses wissenschaftliche Kriterium gar nicht mehr erfüllen. Also typisch. Ohne ein Smartphone zu leben, ist heute geradezu undenkbar. Das ist ein Satz, der ist leer, der bedeutet nichts und ist zudem auch noch inhaltlich, wenn man ihn ganz ernst nimmt, falsch, denn natürlich ist es denkbar. Also solch ein Satz gehört, ist nicht wissenschaftlich, der gehört überhaupt nicht dahin. Was man natürlich auch vermeiden sollte, ist subjektives Vokabular unbegründetwertend. Also ich kann natürlich gucken, ist das eine besser als das andere, dann muss ich aber erstmal Kriterien aufstellen, was bedeutet besser, was bedeutet schlechter und kann dann sagen, in dem Zusammenhang ist das besser oder schlechter. Aber zum Beispiel einfach zu sagen, Windows ist ein schlechtes Betriebssystem, ist zum einen meiner Meinung nach nicht inhaltlich falsch und zum anderen einfach nur das so hinzurotzen, das geht nicht. Das ist kein wissenschaftlicher Stil. Wo man vorsichtig sein muss, ist die Sache mit wir und ich, beziehungsweise eins sollte man ganz vermeiden, das andere, da muss man vorsichtig sein. Wir. Solange man nicht mit mehreren Leuten zusammen einen Text schreibt, hat ein Wir in einem Text überhaupt nichts zu suchen. Wenn man Wir verwendet, weil man mit mehreren zusammenschreibt, dann gilt das, was ich gleich für Ich sage. Was es auf jeden Fall nicht geben darf, ist Wir im Sinne von Ich und Du als Leserin und Leser. Das geht gar nicht. Das ist manchmal ein Stil, den man sonst haben könnte, aber ist auch ein bisschen übergriffig. So von wegen, wir haben das jetzt verstanden oder dieser typische Ärzte-Satz, wie geht es uns denn? Also wir würde ich sehr, sehr vorsichtig mit sein. Was das Ich angeht, seid auch vorsichtig, verwendet das Ich nicht im Sinne von Ich bin der Ansicht oder meiner Meinung nach, sondern allenfalls, um sowas zu sagen wie im Kapitel so und so habe ich oder in Kapitel 10 werde ich, also dass ihr eure eigenen Vorhaben in der Ich-Form beschreibt. Das macht es oft besser lesbar, weil man sonst so tun müsste, als hätte ein Kapitel ein Eigenleben, Kapitel 5 beschreibt, als hätte das selber irgendwie die Intention, oder sehr in Passivkonstruktion abdriften müsste, da wird beschrieben. Da ist das Ich meiner Meinung nach okay, aber das ist etwas, was stark debattiert ist. Also es gibt Bereiche und auch Wissenschaftler, die lehnen jedes Ich in wissenschaftlichen Texten komplett ab. Also seid auf jeden Fall vorsichtig, was dieses Ich angeht. Ein Punkt zur Sprache noch, und das ist auch ein moderner und etwas umstrittener Bereich, nämlich der des Genderns, also der geschlechtsneutralen Formulierung. Muss ich das machen? Muss ich das in Ausarbeitungen und Präsentationen machen? Ihr habt es vielleicht gemerkt in meinen Videos hier, ich habe es versucht und manchmal bin ich wahrscheinlich in alte Gewohnheiten zurückgefallen und habe doch nur eine Form verwendet, was dann wahrscheinlich die männliche Form gewesen ist. So, ich möchte mich jetzt an dem Streit gar nicht beteiligen. Das treibt ja Blüten, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung, treibt das extreme Blüten, da möchte ich nicht hin. Sondern ich möchte einfach ein paar rundlegende Hinweise dazu geben und dann, was man eigentlich machen kann. Also, das Thema ist umstritten, das wisst ihr. Aber eigentlich muss man ja auch mal ehrlich sein, das generische Maskulinum ist ein Relikt vergangener Jahrhunderte. Da kommen wir ja um die Sache nicht rum. Das ist natürlich meine Meinung, aber es ist doch so. Also, jahrhundertelang hat man dann gesagt, und dann sagt man, ja, das meint halt alle. Aber es gibt Untersuchungen dazu, die feststellen, dass wenn nur das Maskulinum genannt wird, die Leute auch nur an Männer denken. Also, wenn ich zum Beispiel sage, die Polizisten kommen, die Informatiker haben das gemacht oder sowas, die Wissenschaftler, dann denkt man tatsächlich, tatsächlich, oder die meisten Leute, also es ist ja nicht 100 Prozent, aber da wird eine Untersuchung gemacht und die meisten Leute haben dann Männer im Kopf. Das sollte natürlich nicht so sein, wenn wir inklusiv sein wollen, wenn wir also natürlich alle Leute meinen damit, Gendern, in den Formen, die es heute so gibt, ist aber manchmal sperrig, nicht immer schön. Also, ja, man kann es ja auf verschiedene Arten machen. Guck mal unten, wie kann man es machen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, sowas habe ich ein paar Mal gemacht. Nutzerinnen, Nutzer, Leserinnen, Leser. WissenschaftlerInnen, das ist ein Glutalstopp, so nennt man das. Also, mitten im Wort höre ich auf. WissenschaftlerInnen. Das finde ich persönlich, klingt komisch. WissenschaftlerInnen mit dem Stern wird ja genau so gesprochen. Also, Doppelpunkt und Stern ist beides ja üblich. Wissenschaftende hat sich noch nicht so richtig durchgesetzt. Bei Studierende schon. Also, Studenten sagt man nicht mehr, sondern man sagt heute Studierende. Und in der Straßenverkehrsordnung steht heute Zu-Fuß-Gehende und Autofahrende. Das ist diese Gerundigungskonstruktion. Das ist eine Möglichkeit. Ja, das sind so ein paar Methoden. Vieles von dem funktioniert im Deutschen leider nur im Plural. Also, Studierende haben, kann ich sagen, aber ein Studierender hilft mir eigentlich nicht, weil eine Studierende, ein Studierender, habe ich trotzdem zwei verschiedene Formen. Also, nur im Plural ist das wirklich hilfreich. Das ist ein bisschen blöd, ein bisschen schade, aber wir haben im Deutschen noch keine so richtig gute Methodik dafür. Andere Sprachen sind uns im Vorteil und ich hoffe auch, dass wir im Deutschen irgendwann eine bessere Lösung finden. Im Englischen übrigens, will ich an dieser Stelle nicht euch vorenthalten, gab es schon immer das Singular they und das wird immer beliebter. Also, dass man sowas sagt wie Everyone must know what they want. Also, man verwendet they, obwohl everyone ein Singular ist. Aber das hilft, weil muss ich nicht sagen, Everyone must know what he or she wants. Was ist he or she, er oder sie, das ist alles immer nicht so schön. Haben wir noch keine so gute Lösung für. Im Deutschen, im Englischen, kann man sich so behelfen. Tipps und Tricks, mein Rezept quasi dazu, versucht möglichst geschlechtsneutral zu sprechen. Habt also ein bisschen das Problem im Kopf. Beim Sprechen würde ich immer die Doppelnennung machen. Damen und Herren sowieso, aber auch Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler. Also, verwendet beides. Oder verwendet die Gerundiumskonstrukte, wenn sie denn üblich sind. Die Lehrenden, die Studierenden, da kann man sowas machen. Anstatt diesen Glottalstopp mit den LehrerInnen. Finde ich persönlich nicht so schön, finde ich irgendwie irritierend, wenn Leute so reden. Manchmal kann man die Nennung von Personen auch vermeiden. Das ist mir aufgefallen bei der Überarbeitung von der GNS-Veranstaltung zum Beispiel. Ich muss gar nicht immer über die Nutzer sprechen. Ich kann auch über die Nutzung sprechen, während der Nutzung. Und dann ist auch irgendwie klar, brauche ich also das gar nicht. Was ihr vermeiden solltet, ist vor allen Dingen als Mann, dass man irgendwo so eine Sektion hinschreibt, wo man sagt, alle männlichen Formen gelten natürlich auch für alle Geschlechter. Das ist, also wenn man sich das mal überlegt, was man dann eigentlich tut. Also wenn man das nicht macht, wenn man einfach nur so, einfach nur männliche Formen verwendet, dann kann man einem so vorwerfen, man ist vielleicht ein bisschen von gestern. Den Vorwurf muss man sich dann vielleicht gefallen lassen. Aber wenn man sagt, man macht das auch noch mit Absicht, also man schreibt richtig hin, ich mache das mit Absicht, das finde ich schwierig, würde ich persönlich nicht machen. Vor allen Dingen aber, macht euch keinen Stress damit. Versucht jetzt nicht, werdet jetzt nicht nervös, fangt an zu schwitzen, weil ihr überhaupt nicht mehr wisst, wie ihr sprechen könnt. Das muss nicht sein. Versucht ein bisschen dran zu denken, versucht es zu verbessern, so wie es euch auch sinnvoll erscheint. So, letzter Punkt in diesem Bereich zu den Ausarbeitungen. Bezieht sich ähnlich wie bei den Präsentationen schon auf Dateiformate und Vorlagen. Dateiformat kann man erstmal ganz einfach sagen. Schreiben könnt ihr das natürlich in jeder Software, die euch zum Schreiben zur Verfügung steht. Theoretisch könnt ihr auch mit der Schreibmaschine schreiben. Abgabe hätte ich aber trotzdem gerne als PDF. Das ist heute üblich. Abgaben werden in PDF-Form gemacht. Aber ob ihr zum Beispiel Word benutzt oder Lattich, ist mir persönlich gleichgültig. Für meides gibt es Vorlagen und wenn ihr auf eine Konferenz geht, dann habt ihr üblicherweise eine Vorlage, die euch gegeben wird, weil man ja natürlich möchte, dass so ein Konferenzband gleichmäßig aussieht. Ich will ja nicht jeden Beitrag anders aussehen haben. Ich mache das nicht. Also hier für Seminare und Pro-Seminare und Bachelor-Master-Arbeiten habe ich das nicht. Ihr könnt aber gerne Vorlagen benutzen, die so hier zirkulieren an der Universität. Überhaupt gar kein Problem. Die könnt ihr gerne alle benutzen. Guckt nur mal, ob es auch eine passende Vorlage ist. Also zum Beispiel, ob es nicht eine Buchvorlage ist. Eine Buchvorlage hat vorne so ein Titelblatt, dann hat es leere Seiten, damit jedes Kapitel auf einer rechten Seite anfängt. und sowas. Das solltet ihr dann nicht verwenden oder nehmt zumindest diese ganzen leeren Seiten dann raus, bevor ihr das abgebt. Könnt ihr ja auch so ein PDF entsprechend rauslöschen. Aber das braucht es nicht zu haben. Eine Vorlage von einer Konferenz, eine Vorlage für ein Paper oder sowas, das wären genau die passenden Arten von Vorlagen, die ihr gerne verwenden könnt. Ansonsten könnt ihr aber auch einfach die Standard-Formatvorlagen nehmen, die in der Regel dabei sind, sowohl bei Lattich als auch bei jeder Art von Textverarbeitung. Die sind in der Regel ganz gut. Also ihr könnt eigentlich einfach starten und losschreiben. Ihr schreibt auf ganz normale DIN A4-Seiten mit ganz normalen Sätzen. Ihr braucht keinen doppelten Zeilenabstand oder sowas, sondern ihr schreibt einfach so drauf los. Was ich nicht brauche, ist ein Titelblatt. Nicht unbedingt, könnt ihr machen, schadet nicht, aber brauche ich nicht. Es reicht auch, wenn ihr einfach oben auf eure Ausarbeitung einen Titel draufschreibt. Und wer ihr seid, es reicht mir eigentlich. Danksagungen oder sowas brauchen wir auch nicht. Also gibt es oft, dass man vorne irgendwie sagt, ich danke meiner Mutter dafür, dass sie mir während der Ausarbeitung Essen gekocht hat. Das brauchen wir alles nicht dahinter. Ich brauche auch nicht unbedingt ein Inhaltsverzeichnis, denn, also nicht, dass ihr das falsch versteht, bei Bachelorarbeiten, bei Masterarbeiten brauche ich sowohl ein Titelblatt als auch ein Inhaltsverzeichnis. Das schon. Aber bei Seminararbeiten brauche ich das nicht und beim Paper braucht man das auch nicht, denn das ist kurz. Da brauche ich eigentlich kein Inhaltsverzeichnis. Das kann ich ja ganz schnell durchblättern und habe eigentlich dann auch alles gesehen. Aber Titel und Autorenangabe, das brauchen wir in jedem Fall. So, das ist das, was mir eingefallen ist, was man wissen müsste über Literaturrecherche, über Präsentationen und über Ausarbeitung. Und jetzt wünsche ich euch vor allen Dingen viel Erfolg bei dem Erstellen von all diesen Dingen. Vielen Dank.